Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist die Experimenta, Deutschlands größtes Science Center. 2009 auf der Kraneninsel eröffnet, 2019 mit einem spektakulären Neubau erweitert. Hier kannst du Naturwissenschaft und Technik spielerisch entdecken, erleben und verstehen mit über 275 Mitmachstationen in vier Themenwelten. Und mit dem Science Dome, der Sternwarte, den Laboren und dem Makerspace gibt es noch so viel mehr.